Nvidia-Aktie, die Enttäuschung der Anleger, ist ein Nvidia-Aktie und die Enttäuschung der Anleger. Nvidia-Aktie und die Enttäuschung der Anleger. In den letzten Wochen hat sich die Situation um die Nvidia-Aktie zunehmend zugespitzt. Die Quartalszahlen des Unternehmens wurden mit großer Vorfreude erwartet, da die Anleger auf positive Nachrichten hofften, die das Momentum der letzten Monate beibehalten könnten. Stattdessen müssen sie nun einen Rückschlag hinnehmen, der sich stark auf den Kurs auswirkt. Der Rückgang begann nach der Veröffentlichung der neuesten Quartalszahlen, die am Markt für Enttäuschung sorgten. Berichten zufolge wiesen die Zahlen zwar ein starkes Umsatzwachstum auf, doch die Prognosen für das kommende Quartal waren weit hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Dies hat einige Anleger verärgert, da sie auf anhaltendes Wachstum gesetzt hatten. Insbesondere das Geschäft mit Grafikprozessoren, das früher das Herzstück von Nvidia's Erfolg war, hat nicht die gewünschten Ergebnisse geliefert. Laut Analysten sei die Nachfrage in einigen Kernmärkten gesunken, was den Optimismus der vergangenen Monate gedämpft habe. Viele Fachleute hatten vor der Veröffentlichung der Zahlen auf ein deutliches Wachstum in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Gaming gehofft. Stattdessen gab es Berichten zufolge Hinweise darauf, dass sich die Marktbedingungen verschärfen, was zu einer allgemeinen Verunsicherung unter den Anlegern führt. Ein weiteres Problem für Nvidia ist der zunehmende Wettbewerb in der Halbleiterbranche. Insider berichten, dass Konkurrenten wie AMD und Intel zunehmend Marktanteile gewinnen und somit den Druck auf Nvidia erhöhen. Diese Entwicklungen könnten langfristige Auswirkungen auf die Ertragskraft des Unternehmens haben. Die Analysten unterstrichen, dass Nvidia zwar nach wie vor als Marktführer gilt, aber der Druck, innovativ zu bleiben und die eigene Technologie weiterzuentwickeln, wächst stetig. Die Reaktion des Marktes auf die enttäuschenden Zahlen war deutlich und führte zu einem erheblichen Kursrückgang der Aktie. Viele Anleger begannen, ihre Investitionen zu überdenken und einige zogen sich sogar vollständig aus ihren Positionen zurück. Experten weisen darauf hin, dass solche Sprünge im Kurs nicht untypisch für volatile Technologieaktien sind und Anleger gegebenenfalls ruhig bleiben sollten. Dennoch ist die Unsicherheit spürbar. In der Investorenszene wird aktuell darüber diskutiert, welche Strategien Nvidia verfolgen sollte, um das verlorene Vertrauen zurückzugewinnen. Es wird empfohlen, dass das Unternehmen möglicherweise innovative Produkte vorstellen oder neue Marktsegmente erschließen sollte. Dies könnte helfen, das Wachstum wieder anzukurbeln und die Anleger zu beruhigen. Die Unsicherheit im Markt hat zudem dazu geführt, dass die Halbleiterindustrie allgemeine Anpassungen hinsichtlich der Produktionskapazitäten in Betracht zieht. Insgesamt zeigt sich, dass die Nvidia-Aktie vor einer herausfordernden Zeit steht. Die enttäuschenden Zahlen haben klare Spuren hinterlassen und zeigen, wie wichtig es ist, die Erwartungen der Anleger nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig zu erfüllen. Die kommenden Monate werden entscheidend sein dafür, ob Nvidia das Ruder herumreißen kann und in der Lage ist, die Anleger von seiner Marktstrategie zu überzeugen. Auto Anita Fakel, Donnerstag 29, August 2024.